Ja, wir müssen leider die ganzen Biber da einsammeln. Tut mir echt leid, dass ich jetzt wieder hier renne. Also das ist jetzt nichts, was im Prinzip scheiße ist. Das ist ja ganz schön hübsch hier gemacht. Es ist bloß so, dass ich mich hier quasi so aufhänge. So, bring mich zur Baskamine bitte. Ich hoffe, da kommen jetzt neue Gegner oder so. Endlich mal wieder ein Level mit Gegnern. So, jetzt sind wir wieder hier. Und jetzt kommt das Lustige. Alter, wie viele Biber wir auch kriegen. Das ist so eine Katastrophe. Jetzt können wir hier einmal so rumlaufen, gucken. Also da wird aber nichts sein. Außer natürlich, ja, der bekackte Wort nicht sagen. Ja, und deswegen werde ich die auch nicht holen. Weil hier müsstest du nämlich dann hingehen mit allen Bibern und den ansprechen, damit die ganzen Bibern sagen, nein, das ist nicht so. Du irrst dich. Und genau deswegen werde ich das nämlich nicht machen. Entschuldigung, warte mal. Jetzt muss ich gerade noch was gucken. Ähm. Wo sind diese ganzen behinderten Viecher? Ah ja, okay. Nee, ich bin richtig. Alles gut. Also wir durchsuchen jetzt die Baskamine nach. Ein paar von diesen dämlichen Bibern. Die Gegner sind uns die gleichen. Also, ich gehe schnell. Alter. Was ist denn das für ein dummer Satz? Keine Ahnung, was das ist. Eine Mine. Die Frage ist jetzt halt, wo diese Viecher sind. Ich wette, bei meinem Glück sind die noch nicht mal hier. Sondern man muss irgendwie in den hinteren Teil der Mine gehen. Ich kenne ja mein Glück halt, ne? Deswegen speichern wir auch gar nicht erst. Wir laufen jetzt einfach volle Karache durch. Jetzt kommen wieder Spinnen. Von denen können wir den Poison, äh, äh, Dings kriegen. Brauchen wir nicht. Was ist denn mit den Leuten hier los? Und treffen die denn alle nicht? Jedenfalls die hochgelevelten. Ja, wenn du was sagst. Seht ihr? In keinem der Nebengänge ist irgend so einer zu sehen. Da könnt ihr euch halt, bei solchen Sachen, da müsst ihr euch schon denken können, dass, äh, man wieder in die hintere Ecke muss. Denn warum sollten die auch das so machen, dass man das bei solchen Viechern da schnell hinkriegt? Weil das ist total unnötig, weil wir sammeln jetzt irgendwelche Items ein, die wir nicht gebrauchen können. Töten Gegner, die uns nichts mehr weiterbringen. Das einzige, was sie uns ein bisschen bringen, ist Geld. Aber auch nicht wirklich viel. Verpiss dich, Leon. Und die hätten es ja wenigstens machen können, dass der eine Biber hier steht und der nächste da hinten oder so, ne? Wäre vielleicht auch ganz nett gewesen. Aber das könnt ihr ja nicht wissen, Idioten. Falls der noch einen dritten Slot kriegt, was ich hoffe oder was ich stark hoffe sogar, dann bekommt der von mir diese Magic Absorb-Une. Die wird auf jeden Fall auch Cerase kriegen von mir. Was gibt's hier eigentlich? Genau, können wir ja mal gucken. Müsstens mal kaufen können bei uns in der Burg. Weil wir haben sie hier angeguckt, also von daher. Ja, dann lasst uns mal hingehen. Boah, wie schissene Biber, ey. Wenn ich sie jetzt hier nicht kriege, geht mir das auch im Arsch vorbei, ne? Wir müssen hier sowieso, das dauert ja dann Ewigkeiten, bis du dann mal wieder zurück bist und hier und da und jenes und dort und bla. Da ist schon mal eine Sackkasse und ist keiner von den Bibern. Oder vielleicht sind die auch wieder nur da, wenn du die anderen Biber dabei hast, aber das ist, dann falls ich hier nochmal rein muss, mache ich das dann irgendwann oder ganz im Schluss, weil da habe ich keinen Bock zu. Dafür sind mir die Viecher zu wertlos. Ich weiß auch gar nicht, ich würde bei Vivalodge gerne nochmal reingucken, bei Vivalodge, weil, ähm, weil mich das interessiert, ob wir da jetzt was kaufen können, halt. Geht auch schon wieder den richtigen Weg, glaube ich, ne? Ach, Luhn, dein Vorbau ist der Hammer. So. Ja, ist eigentlich so ziemlich mit der Hübscheste, die wir hier kriegen im ganzen Spiel, ne? Denke ich mal so. Und, das war wieder eine Sackkasse, die Sackkasse sind eigentlich gut, weil man dann denkt, man würde die Biber da kriegen, aber... Nicht wirklich, ne? Nice. Weg damit, genau. Haben wir eigentlich Eckbert auch dabei. Fällt mir gerade ein. Jupphammer, okay, alles klar. So, jetzt haben wir hier wieder so ein lustiges Areal, wo jemand stehen könnte, aber nein, warum auch? Und wir haben keine Escape Scroll, mal wieder. Hätten Sie mal eine andere Stimme. Der sieht viel düsterer aus, wie so ein Frankenstein, als er wahrscheinlich eigentlich ist. Und seine Haut sieht richtig eklig aus. Ich glaube, das sieht echt schlecht aus. Ich glaube, die kriegen wir jetzt hier gar nicht. Ich glaube mal nicht, dass hier jetzt ausgerechnet in den zwei Ecken stehen, die wir nicht gemacht haben. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, hier hatten wir den Adelbeck-Eckbert-Trottel gefunden. Genau, dann geht es oben ja nur noch zum Ausgang, wo die Burg da ist. Was heißt Burg? Dieses Gefängnis, Agatha-Cruid-Prison. Was ich hier in dem Spiel, was ich geil finde, sind natürlich diese Kombo-Attacken, wenn sie mehrere Attacken nacheinander machen. Also das machen sie ja in anderen Spielen dann auch, aber hier ist es extrem gut. Also weil es visuell sehr gut ist, das Spiel. Das muss man wieder sagen. Ich wünsche, Suicoden 3 und 2 wären auch so visuell. Also wenn die nochmal, das wird nicht passieren, aber wenn die ein Remake kriegen würden, in dem grafischen Stil, das wäre der Hammer. Jetzt haben wir wieder die bekackten Creeper-Beats gekriegt. Wenn wir in die, ähm, nochmal in das große Loch gehen, dann sollten wir daran denken, auch nicht. Dann sollten wir daran denken, dass wir Treasure Hunt mitnehmen. Ich weiß nicht mehr, wer Treasure Hunt hatte, aber doch, klar, haben wir glaube ich gerade mit, ne? Natürlich haben wir glaube ich gerade mit, ne? Hat die nicht? Die haben beide Treasure Hunt, ne? Ja, okay. Dann hat sich das schon wieder erledigt, was ich gesagt habe. Dann haben wir Potschweiner und Treasure Hunt, also besser geht's eigentlich nicht. Also, bis jetzt rauskommen, sollten wir ins Gefängnis kommen, also sinnlos. Sinnlos. Und da versuche ich dann auch so rauszukommen, was hoffentlich klappt. Jo. Was für eine sinnlose Scheiße. Vollkommen umsonst hingerein. Ich wette, ich komme hier nicht weg. Ich muss ja wahrscheinlich den ganzen Weg zu Fuß gehen. Da kommen sogar noch Gegner davon. Ich könnte jetzt so sagen, bitte, bitte, ich bete zum lieben Gott, dass ich hier von der Waffe abfahren kann. Aber man beten wird nicht gehört. Natürlich nicht. Okay, dann können wir jetzt die ganze Mine wieder zurücklaufen. Das Leben ist halt nicht einfach. Welche ich natürlich mega gerne hätte wäre Kilei. Kilei. Ist eigentlich der Gösch schon einmal drangekommen mit einer Attacke, seitdem wir spielen? Ich weiß es gar nicht. Jetzt soll ich einmal einen Moment Ruhe vor Gegnern, ey. von mir. Von mir. Da sind sie so gerankt. Mein Gott, Walter. Das war's. Schau! ist das eine ich weiß gar nicht wie viele jahre uns schon aufgehalten haben mit dem level werden sie schnell vernichtet die gegner muss man ja als positiven aspekt mal sehen gar nichts denke ich ich denke dass ich raus möchte was für ein sinnloser trip hierher also glaube ich erstmal dass wir nichts ersehen können wir kriegen das tablet des stars das habe ich aber auch nur gemacht ich habe mir das erlesen dass ich bei dem einen charakter das gebe ich jetzt zu einfach mal ich will nicht lügen oder sowas den erkannte ich nicht und den will ich unbedingt haben deswegen habe ich nachgelesen und für den braucht man eigentlich nichts aus das tablet of the stars also wann auch immer wieder das kriegen so ich glaube den links den rechts den gang hätten wir noch einlaufen können was ich natürlich noch kurz machen muss ist einmal die war los da kann ich nicht ändern da will ich einmal kurz sehen ob wir zwar was kaufen können ja ja da gab es auch nichts alles klar sinnlos einfach sinnlos hergekommen hat uns nichts gebracht außer extra laufen dieser tipp war schlecht das ist etwas was wir nicht gerne gemacht haben aber im prinzip nichts dafür das ist das wir haben uns halt auf info verlassen warum sagen die so eine bescheuerten sätze das ergibt ja keinen sinn was meint er ja so denn was das denn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was für ein sinnloses Unterfangen wir hier haben, gestartet haben Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, so Leute, dann lassen wir uns jetzt noch einmal dahin beamen Wo wollte ich mich überhaupt hinbeamen? Ach, Biwalash wollte ich mich einmal kurz hinbeamen lassen, genau Und dann gehen wir wieder in den Dingsraum, um die Geschichte fortzusetzen Ja, wir wissen es Aber ich glaube nicht, ne? Oh Das ist nicht deren Ernst, ne? Magic plus 5, 13.000 Bringt nichts Und da haben wir einen Appraiser, bringt auch nichts Wir werden uns hier einen Tipp holen Tee Dann haben wir jetzt halt noch mal was abzugeben Haben wir jetzt den Fouvala Fumfa Haben wir jetzt, der gehört jetzt zu uns, ne? Oder haben wir den auch noch nicht? Doch, den haben wir Die machen auch voll den Film darüber, wie man diese Biber rekrutiert, ne? Keiner will die, äh doch, wahrscheinlich wollen die alle haben Diese ganzen Vollspackos Aber nicht zum Kämpfen, sondern einfach nur, um sie zu haben Mal so, ach, die sind ja so niedlich So, die Siedlinge Die, äh, die Siedlings weggeben Das ist ein weiter Weg Und dann noch die Dings weggeben Die, äh Guck, da sind schon die Zwiebeln Jetzt gibt es noch die Karotten Und dann kriegen wir Onion's wieder Und dann Können wir Noch was zu dem Können wir jetzt noch was zum Koch bringen Das machen wir nächstes Mal irgendwann Jetzt geht es erstmal weiter mit der Story Weg mit dem Gedön-Tier Gott, dann kann man hier auch gleich Karkaufen Das ist auch sehr hilfreich, finde ich Ach, nee, kann man nicht, okay Oh, nee, behalten wir erstmal So, Babyfisch Vielleicht kriegen wir auch noch ein Aquarium oder so eine Scheiße Kann ich mir direkt vorstellen Oh, dann haben wir noch Appraisal-Scheiß Mensch, heilt Och So, da fehlt noch, ne So, jetzt können wir Zill machen Kann man gebrauchen Vielleicht noch Da musst du aufpassen, dass du nicht aus Versehen was verkaufst Ja, das sind alles Fische, also weiß nicht, was man damit macht Keine Ahnung Dann müssen wir uns nochmal die Breath of Ice holen Die können wir irgendwie geben Zum Beispiel Nakula Und Gösch Okay Und dann können wir Zu unserem Halsspeicher noch Dann können wir zu unserem Besprechungsraum gehen Oder wenn noch Zeit ist, was passiert Ey Nichts passiert bis jetzt, Alter Versuche ich das jetzt noch Und pausiere dann Dusche Ich glaube, wir Unterbrechen kurz Ich dusche erstmal Und dann komme ich wieder Bis gleich Untertitelung des ZDF Ja, jetzt wie geht es Ja, das ist Ich glaube, wir Ich glaube, wir Wir Ich glaube, wir Und dann Vielen Dank.